Ich bin vor 2-3 Wochen von Österreich nach Berlin geflogen und auch gezogen. Zuerst war ich in Wien am Flughafen und langsam habe ich es echt drauf. Ich verlaufe mich eigentlich gar nicht mehr, aber ich war irgendwie viel zu früh dran. Ich war hier wie so eine Mutti, die so 5 Stunden zu früh am Flughafen ist, dass sie ja nicht den Flug verpasst. Auf jeden Fall bin ich dann ins Flugzeug und ich hatte einfach eine ganze Sitzreihe nur für mich. Und der Ausblick war einfach mega schön und in 3, 2, 1, oh mein Gott, das ist so schön. Danach habe ich schon meinen Koffer gesucht und seid ihr schon mal geflogen? Wenn ja, wohin?